wir spielen neue game black squad ist schon ein bisschen älter als spiel aber ich finde ganz cool mal gucken wie ich mich schlage maschinenpistole ist ganz cool aber ich würde denn trotzdem erst mal stumm übernehmen pistole reich auf jeden fall schon die tausch die p220 nämlich jetzt auf jeden fall die ist eigentlich sehr gut das maschine wäre dass die munition immer so schnell alle wir springen im quick match leute mal gucken wie ich mich mache in solchen spielen spielt hier alleine wo ist mein anderer gegenspieler mein anderer mitspieler überhaupt ja was ein schuss tot alles klar der kommt garantiert gleich um die ecke der kleine meine sind wir genau in schluss alter stand 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 hat mich gekillt und schuss denn also ich habe gleich keine munition mehr war weggeballer den foo alter ja mann alter ja 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 kopfschuss mal eigentlich 1 Minute left ... 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 auf voll durchgezogen voll durchgezogen wie gesagt wenn er davon mehr sehen wollt dann schreibt es einfach mal in die kommentare denn machen wir davon ein paar videos dann sollte nur mal so eine kleine einführung sein ob ich das kann kanal abonnieren meine freunde video und lecker lassen wir sehen uns beim nächsten mal hoffentlich bis dahin machte du